Moin Leute, was geht? Mein Name ist der junge Zocker oder auch YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Ich begrüße euch ganz herzlich und habe auch eine Nachricht bekommen, dass ich nicht verstehen kann, wie man sowas schreiben kann. Der Jonas123456789HU hat mir eine Freundesanfrage geschrieben und hat kurz daraufhin dann ein Arsch zurückgeschrieben. Verstehe ich nicht? Can you hack? Ja, wahrscheinlich liegt es an dem grünen, gelben, äh, grünen Libanon Elite-Glan-Tag, warum mich die Leute immer anschreiben, ob ich Hacker bin. Da ist man doch kein Hacker, wenn man nur einen grünen Banner hat. Ich verstehe das nicht. Nun ja, ich wollte einfach mal ein paar Fragen über mich loswerden und ich fange einfach mal an mit ein paar Fragen, die sich die Leute ja gerne mal über mich stellen. Und da habe ich mal die erste Frage herausgekramt, hey, wie alt bist du eigentlich? Ja, ich bin zwar der junge Zocker, so heißt man, Clan, Gamertag, besser gesagt, äh, aber ich bin 21 Jahre. Es stimmt tatsächlich, am 8.1.1993 irgendwo in Süddeutschland geboren. Das Licht der Welt erblickt, nicht aus der Muschi, nein, aus dem Bauch bin ich rausgeschnitten worden. So, dann, wo hast du deinen YouTube-Kanal der junge Zocker eigentlich erstellt? Das war auf einem Koch-Internat. Da habe ich ihn erstellt, da hatte ich mein iPad 1, wollte, habe dann gerade noch ein Video geguckt von Commander Krieger und habe einfach einen Namen eingegeben bei Google da. Und da hat es YouTube-Namen gesucht. Erst wollte ich ja was anderes nehmen und dann irgendwas mit Zocker und da hat es der junge Zocker angezeigt. Das hat es automatisch geschucht, äh, gefunden. Also hat es angezeigt. Manchmal zeigt es ja an, was man nehmen könnte. Der junge Zocker war noch frei, habe ich dann genommen und so habe ich dann auch angefangen und dann habe ich Videos gemacht mit dem Handy. Real-Life-Videos dann später, wo ich heute denke, das musste wirklich nicht sein. Und ja, ich, ja, so war das auf jeden Fall. So, dann können wir ja auch mal weitermachen mit der ganzen Geschichte. Also, was machst du beruflich? Ich bin Koch von Beruf. Im vierten Lehrjahr habe man, ja, eigentlich wäre ich ja schon fertig, aber meine Noten waren so schlecht in der Schule, in der Berufsschule, da, dass das ging einfach nicht. Ich hatte nur Fünfer und Vierer und hatte wirklich eigentlich mein Leben, ja, mein Leben ist, äh, ist ein bisschen auseinander gerutscht. So schlechte Noten, so Geldprobleme, äh, süchtig nach Spielhallen war ich und ja, ich möchte jetzt auch nicht mehr darüber reden. Ja, das waren jetzt einfach so ein paar Sachen, die ich hier geredet habe. Das musste einfach mal sein. Und wie bist du zu dem Gamertake YouTube Gamescom gekommen? Nun ja, das ist ein bisschen komplizierter. Erstmal, ich habe einen YouTube-Account gesucht, den ich, wie ich mich nennen sollte, weil ich wollte ja Let's Plays machen und habe dann gedacht, ich nenne mich irgendwie mit YouTube und ich wollte aber auch YouTube und Games irgendwie miteinander vermischen. Aber gleichzeitig mag ich ja auch die Gamescom so. Also ich weiß zwar noch nie auf der Gamescom, aber trotzdem interessiert mich das Ganze. Äh, habe ich einfach YouTube und Gamescom und dann zusammengeschmelzt. Also zu einem Namen. Ist auch keine Internetadresse, wie das mal Don Camora mal gesagt hat. Nein, keine Internetadresse, sondern das ist einfach nur so ein Name. Mehr auch nicht. So. Ich hatte zwar auch noch einen zweiten Namen, der junge Zocker, aber da habe ich meine E-Mail-Adresse vergessen. Aus dem Grund habe ich jetzt noch einen zweiten Gamertake, der heißt der junge Zocker. JT. Genau. So sieht das aus. Hast du Zockerfreunde, die du privat kennst? Ja, eigentlich nur den Bruno Weigel, bei dem ich auch einen YouTube-Kanal habe. Der, naja, der hat da, der hat da einen Kanal. Das sind meine Videos. Ne? Und da gibt er den Videos immer Namen. Bruno Weigel heißt der. Ne? So. Habe ich übrigens auch Zugriff drauf. Also es kann auch sein, dass ich mal antworte auf dem Kanal. Schaut mal, was ich habe. Also drei ganze Kills. Das sogenannte Let's Plays mache ich nicht mehr, wo ich einfach in eine Lobby reingehe und meine Emotionen freien Lauf lasse. Ich habe einfach gemerkt, es kommt bei vielen Leuten einfach nicht an, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh Gott, der hat mich gekillt. Oh, so ein Arschloch. Ne, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte Commentaries bringen auf meinem Kanal. Äh, ich habe damals auch schon Commentaries gebracht, aber diesmal recherchiere ich richtig mit meinen Commentaries. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich bin der junge Zocker. Und, jo. Vielen Dank für all dein, äh, für dein Feedback. Dankeschön.